Hallo ihr Lieben, bei uns gibt es heute Burger in Bestform, denn Selfmade-Buletten sind gerade total angesagt. Wir toppen unseren Burger heute mit Feta und Feigen. Für unseren Burger brauchen wir einen Radiccio-Salat, Chili, Feigensenf, Mayonnaise, Rinderhack, Feta-Käse. Dann brauchen wir Brötchen. Entweder nehmt ihr so richtig typische Hamburgerbrötchen oder einen Bagel. Könnt ihr auch mal gut versuchen. Feigen brauchen wir und Paniermehl. Für unseren Super Burger schneiden wir jetzt erstmal den Feta-Käse in vier Teile. In der Mitte durch. Hack in eine Rührschüssel geben. Ein bisschen Chili dazu. Ein bisschen mehr als Messerspitze. Ein bisschen Salz dazu. Semmelbrösel dazu. Und mit dem Knethaken des Handrührgeräts. Alles vermengen. Ich habe jetzt ein Viertel des Hacks genommen und forme daraus einen Burger. Erstmal knete ich es ein bisschen. Dann kommt, zack, ein Stück Feta in die Mitte. Drücke ich so ein bisschen rein. Verschließe das Ganze oben drüber. Päckchen zu. Und formen, formen, formen. Feta ist versteckt. Burger auf die Platte und klopfen, 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 bis er etwa die Größe eines Brötchens annimmt. Und schon folgen unsere Burger. Jawohl. Wir lassen jetzt von jeder Seite drei Minuten braten. Wir wenden unsere Burger einmal. Zwei schöne gehäufte Esslöffel Mayonnaise in eine kleine Brötchale. Dazu kommt, kommen zwei Teelöffel Feigensinf. Und das verrühren wir kurz miteinander. Die Unterseite vom Brötchen legen wir auf den Teller. Wir streichen sie mit einem Löffel der Mayonnaise. Jetzt kommt der Burger obendrauf. Und jetzt kommt Feigensenf auf den Burger. Die Feigen obendrauf. Auf die obere Hälfte unseres Brötchens geben wir noch ein bisschen von der Mayonnaise. Und legen sie dekorativ vor unseren Burger. Statt des normalen Burgerbrötchens könnt ihr auch mal ein Bagel ausprobieren. Super lecker und ein bisschen knuspriger. Ich würde vorschlagen, esst ihn mit Messer und Gabel. Geht echt einfacher.